Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog wieder aus meinem Trainingskeller. Heute wird wieder ein bisschen geboxt, hier mit dem Medizinball ein bisschen gearbeitet und dann sind wir weiter. Nach dem Intro geht's schon los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wenn ich Sorge sage, heißt es, ich bin fertig, ja, das war mein Workout für heute, bisschen mit Gewichten gemacht hier, bisschen Medizin, bisschen Boxen, heute lief es nicht so, nicht so richtig Bock, aber ich musste irgendwie durch, gleich eine Übung gemacht wie sonst auch, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber der Bock war heute nicht da, es macht aber nichts, auch wenn der Bock nicht da ist, muss man es manchmal tun einfach. Ja, ich sage an der Stelle, runter vom Sofa, Sport machen, bis zum nächsten Sportblog, was auch immer das sein wird, vielleicht im Trainingskeller, vielleicht irgendwo unterwegs. Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Mal.